Hallo ihr Lieben, das Thema Baukindergeld ist leider seit 1.4. nicht mehr nutzbar, ist jetzt im März ausgelaufen. Sehr schade, aber nicht zu ändern. Die Frage ist natürlich, was wird der Gesetzgeber da in Zukunft noch an Förderungen für junge Familien auf den Weg bringen? Ich denke, da kommt schon noch was. Ihr stellt euch natürlich jetzt die Frage, was kann ich vielleicht darüber hinaus noch mitnehmen, wo gibt es vielleicht noch Förderung? Und darüber möchte ich kurz heute mit euch sprechen. Grundsätzlich ist es so, fördert der Gesetzgeber immer noch den Vermögensaufbau für eine Immobilie und zwar in Form von der Wohnungsbauprämie und der Arbeitnehmersparzulage. Wohnungsbauprämie ist allerdings an Maximalkrenzen, Bruttojahresmaximalkrenzen gekoppelt. Hier ist es so, dass ihr beispielsweise, wenn ihr Single seid, maximal 35.000 Bruttoeinkommen haben dürft, als verheiratetes Pärchen maximal 70.000 Euro. Wenn ihr da runterlegt und ihr dann Geld in einen Bausparvertrag investiert, bekommt ihr für eure Investitionssumme, die ihr da tätigt, zwischen 70 bis 140 Euro maximale Förderung im Jahr, die ihr da nutzen könnt. Das Problem ist, es wird über das Finanzamt, über die Steuererklärung beantragt, muss man im Blick halten, muss man auch regelmäßig machen. Darüber hinaus gibt es noch die Arbeitnehmersparzulage. Hier ist es so, dass ihr auch wieder Einkommensgrenzen einhalten müsst. Das sind in dem Fall 17.900 Euro als Single und 35.800 Euro als verheiratete Pärchen. Und dann ist es so, dass ihr zu euren vermögenswirksamen Leistungen, die sehr oft auch der Arbeitgeber zahlt, dann auch noch zu dieser Einzahlung einen Zuschuss bekommt. Und das sind in der Regel zwischen 80 bis maximal 160 Euro, wenn ihr verheiratet seid, pro Jahr. Also Geld, was ihr mitnehmen könnt. Ich persönlich finde die Arbeitnehmersparzulage recht interessant. Zum einen, weil es nicht über die Steuererklärung beantragt werden kann und zum anderen, weil man hier für den Vermögensaufbauprozess auch einen fondgebundenen Sparplan nutzen kann, was am Ende des Tages einfach über sieben Jahre betrachtet deutlich lukrativer ist als ein Bausparvertrag. Also wie gesagt, für den Vermögensaufbau hier gerne auch schauen, ob die Wohnungsbauprämie und die Arbeitnehmersparzulage nutzbar sind. Auf jeden Fall solltet ihr mit eurem Arbeitgeber über die vermögenswirksamen Leistungen sprechen und die auch nutzen. Darüber hinaus ist es so, dass wenn ihr euch auch über das Thema Altersvorsorge Gedanken macht, man auch über einen Riester-Vertrag nachdenken kann. Bei Riester ist es so, dass wir hier als Förderung eine Zulage bekommen. Das sind 175 Euro Grundzulage pro Jahr und nochmal 300 Euro Kinderzulage pro Kind pro Jahr. Und das Ganze ist maximiert auf einen Beitrag von 2.100 Euro im Jahr, was ihr in diesen Vertrag investieren könnt. Der Gesetzgeber sagt hier, um die volle Förderung, um die volle Zulage vor allem zu bekommen, musst du mindestens 4% vom Bruttoeinkommen in diesen Riester-Vertrag investieren. Und alles, was über diesen Mindestbeitrag hinausgeht, kannst du dann auch noch steuerlich absetzen, wie gesagt, bis maximal 2.100 Euro Jahresprämien. In der Summe kommt man bei so einem Riester-Vertrag auf eine Förderung von knapp 30% pro Jahr, sodass das schon sehr interessant sein kann. Hier ist es aber ganz wichtig, dass ihr den richtigen Vertrag wählt. Bei Riester habt ihr den riesen Vorteil, dass ihr das Geld auch im Rahmen eurer selbst genutzten Immobilienfinanzierung auch vorab vor dem Renteneintritt aus dem Vertrag entnehmen könnt. Ihr könnt zum Beispiel Sondertilgung leisten, ihr könnt auch das Guthaben aus dem Riester-Vertrag für Modernisierungszwecke einsetzen. Das heißt, alles rund ums Thema eingenutzte Immobilie und das Ganze auch steuer- und förderunschädlich. Da sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken und das mal durchrechnen. Was gibt es noch? Dann gibt es, wenn ihr dann eine Immobilie gefunden habt, unfinanziert immer noch im Moment das Standardprogramm, das KfW 124-Programm. Das kann jeder beantragen, der eine selbstgenutzte Immobilie kauft. Das sind im Moment 100.000 Euro, die ihr über das Programm bekommt. Der Vorteil ist, der Zinssatz ist sehr günstig, also ist jetzt mittlerweile wieder ein bisschen hochgegangen. Auf 0,95 Prozent lag jetzt vor ein paar Monaten mal bei 0,75. Trotzdem immer noch ein guter Zinssatz für eine 10-jährige Zinsbindung. Länger geht es leider nicht als 10 Jahre. Und ihr habt bei so einem KfW-Darlehen auch im ersten Jahr eine Tilgungsfreiheit. Das heißt, ihr zahlt erstmal nur Zinsen. Das heißt, KfW hier als Standardprogramm sicherlich immer noch nach wie vor sehr sinnig, weil ihr einfach eine Zinsförderung bekommt. Wenn ihr dann eine Immobilie kauft, die energetisch modernisiert werden muss, besteht natürlich noch die Möglichkeit, über die BAFA, die jetzt in Zukunft immer mehr ausgeweitet wird, ja natürlich auch noch Förderprogramme im Rahmen der energetischen Modernisierung zu bekommen mit zinsgünstigen Darlehen, mit Tilgungszuschüssen. Auch das ist noch möglich. Da müssen wir dann mal ganz genau gucken, wenn es soweit ist, was da für euch in Frage kommt. Was kann man darüber hinaus noch machen? Es ist so, je nachdem, in welchem Bundesland ihr wohnt oder in welcher Gemeinde ihr wohnt, gibt es immer wieder auch mal Fördermöglichkeiten, die die Gemeinden oder die Länder anbieten. Da sollte man sich mal ganz speziell auch erkundigen, was da möglich ist. Es gibt da eine Seite, die heißt Aktion pro Eigenheim, wo über 800 Kommunen und Gemeinden mal zusammengestellt wurden und auch die jeweiligen Fördermöglichkeiten. Schaut da gerne mal nach, ob ihr da vielleicht in eurer Kommune oder in eurer Gemeinde irgendwas findet, was bei euch relevant sein könnte. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen haben wir auch die NRW-Bank, die auch das selbstgenutzte Wohneigentum auch zinsvergünstigt unterstützt. Auch das wäre ein Thema. Da mal zu schauen, wenn man jetzt aus Nordrhein-Westfalen kommt. Ich weiß, dass zum Beispiel auch in Bayern es auch wieder spezielle Förderprogramme gibt. Da müsste man einfach mal regional schauen, was da geht. Grundsätzlich ist es auch so, dass selbst auch die katholische Kirche auch den Immobilienerwerb fördert. Zum Beispiel für junge Familien werden hier vergünstigte Erbpachtgrundstücke oder Erbbaurechtsgrundstücke weitergegeben. Auch das ist eine Möglichkeit, sodass es da schon das eine oder andere noch gibt. Was konkret für euch in Frage kommen kann, können wir auch gerne einmal persönlich besprechen. Ich denke, dass es in Zukunft auch noch Änderungen geben wird. Wir werden euch hier auf dem Kanal dazu immer auf dem Laufenden halten. Grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, dass ihr uns längerfristig folgt. Abonniert unseren Kanal, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal, euer Riccardo.